ja aber die noch alle dort mal ist doch gar nicht nur einschlafen er durch alle töten ja finde ich auch ein nach dem anderen ein nach dem anderen einfach papa ja das sieht doch noch so rum guckst der ist die losleglos wollte ich hab monster leg aber wenn wir das noch bei mir auch bei mir aber bei mir nicht ich bin in opel für dich ich schieße gleich Juli auch dann sagt okay okay ich hab's gesehen du hättest eigentlich vor paar Sekunden anfangs ein Ruhm ist Ruhm ist ja und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Volke tete vielleicht geht es erstmal los du es geht doch schon los ich bin innocent die anderen zwei sind es gespektiert weil die haben einfach scheiße ich bin immer noch im Ladeskrieg so downloaden wo seid ihr alle ach ja im Grunde das scheiß ja geh kommt die scheiße das haben wir vergessen ja nein das müssen wir alles noch mal neu machen ja das heißt so okay ich mach die anderen was machen wir es da hinten ist jemand ne das niemand wo seid ihr alle ich sehe niemanden ich hab mein achievement bekommen achievement jetzt mal ohne was passiert ja in nice you ruben und wer ist da oben ich hab einfach alles schon umgebracht was echt ich hab schon so viele leute gerade umgebracht ja ich hab ich hab dich ja nicht mal waffe ich hab dich mit einem G.L. mit einer Uzi von Ruhr abgeschossen da kann man ein gar nicht treffen das ist so kacke und du warst der beste er hat das müssen ein paar wird vor dem vorteil ich hab nicht mal eine Waffe ich hab nicht mal eine Waffe wie du einfach weggeflogen bist ich bin einfach der beste ich töte einfach schon alle bevor es sich nicht losgehen ja wer was ich was ja leider vielleicht so ein neuer Anfang machen oder einer der beiden so komplett ich meine wenn ich in das Ende werde ich immer grundlos getötet aber wenn ich er trägt er bin dann tötet sie sich mal die Gäste bei wem ist ein Flugzeug ein auf dem Markt gibt es einfach gar keine Waffen ist so stark wie immer weg der Juli Kassel ich ein paar welches haben oder auch sehen neben uns die Räume und wir sind sind auch einandergebackter es ist um ich bin in der Nürnberg in der Nürnberg nein ich bin in der Nürnberg Wer verreckt? Wer verreckt hier? Luft holen! Wo seid ihr? Giga war Traitor! Was? Nein, war ne spaßliche Erinnerung. Nein, da ist ein Toter! Ja, das war Giga! Ja, aber dann confirm doch! Ja, hab ich doch gerade! Ja, aber der Dings hat es nicht gemacht. Warum ist der eigentlich schon wieder tot? Der wurde immer als erstes gekillt. Was? Hä, ich war voll weit weg, wie sollte ich ihn töten? Weiß ich nicht. Ist so, ist so! Ich wette, Ruben ist es! So! Warte, wer schießt, wer schießt? Ruben, Ruben! Ja, von wo? Da oben, da oben! Wo denn? Warum denn? Ich glaube, ihr nice jo ist es. Ja, genau! Ich habe nicht mal was gemacht und dann bin ich direkt Traitor, ne? LOL! Warum wird Ruben jetzt schon wieder getötet? Hey lol, wer schießt hier? Das weiß ich aber! Warte, warte! Hat gerade Jonas gesagt, hä, wer schießt hier? Ja! Okay, Jonas, Jonas ist Traitor! Hä, wieso? OOOOOO! Ah, miau! Ah, du Bitch! Du Bitch! Ich hab keine Muni mehr! Du Bitch! Ich hab einfach die schlechte Stilwaffe, die es gibt! Ja, boah, innaizio, du kleiner Homo! Innaizio, ich wollte einfach so sagen, innaizio! Und dann hab ich mich voll dabei! Also erstens mal, will ich sagen, ich schaffte es! Hab ihn angeschaut und er knallt mir einfach in den Schädel! Also das erste, was ich sagen wollte, ist, erstens, ähm, ich hab das Glas eingeschossen und dann bin ich wieder der böse Traitor und ich bin von der Map runtergefallen und ich war eh nur, also ich bin immer der böse Traitor! Und ich bin immer der, der random gekillt wird! Ich bin immer der, der random gekillt wird! Ich tütsch hab jetzt immer, wenn ich detectiv bin, ne? Eine Ahnung! Aber es stimmt wirklich, ich war grad Traitor und niemand hat mich quasi verdächtigt! Ich bin runtergefallen! Ich, oh! Was seid ihr, was seid ihr für Noobs? Ich nur fass! Unabfall! Ich wurde irgendwie in die Luft gespawnt! Ja, bei mir lebt gleich wieder, wenn's neu startet! Oh, tolle, hab ich ja keine Waffe! Ich seh' ich, du musst gerne suchen! Joch, weiter! Ich hab' hier schon! Ich bin halt zu fies! Oh, du hast die Pistole, die wollte ich auch nicht haben! Und ich werd' dich jetzt zöten, wenn ich Trader werde! Okay, ich werd' mich nicht wehren, wenn ich... Ich seh' niemanden! Wenn ich jetzt sterbe, ist das sie... Ich seh' niemanden! Hey, sieh' es erst! Ruben! Was, Ruben? Ja, ich bin die Technik, du Hure Sohn! Ich bin die Technik, du Hure Sohn! Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! This is처럼 easy! Yes! Hi, I see! This is thisy! Oh nein, er hat gesagt, tötte mich dann haben wir mir getötet! Typischer Grundzuschauer, Achtung, Achtung! Justin hat mich gerade angeburrt! das denn was bist du für ein trottel so wer lebt denn noch ich habe ich muss habe mir ganz ehrlich lachen verkneifen müssen wo thomas gesagt komm ich sie töte mich wenn du jetzt das geht auf mich zu ballert mich erst mal direkt an jetzt werde ich gleich wieder trägt und dann tötet jonas war es geil steht jemand mitbekommen ich bin in der luft gesprungen ja ich habe die johle machte einfach mal wie immer ich habe es kommt die reizkontaktivität auch ein schönes hat war wo und wenn ich fragen darf du feiern komplett gleiche passiert werden und ich stehe hier hinter dir Dann würdest du ja sehen, wie ich hier vom PC sitze und noch willst du mich. Ich will ja nur eins sagen, Issy ist in der Mitte hier im TS. Du musst versuchen, die Tür wieder zu schließen. Okay, Giga. Ach, geschafft, okay, danke. Hey, hey. End. Warte. Warte. Warte, 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 Thomas, wurde Thomas wieder random gegilt? Wer war denn jetzt? Ich bin nicht durch. Was? Hast du gerade gesnipert? Nein, ich habe den M16. Geh weg. Dahinten ist doch Issy. Wer bist du? Oben ist auf dem Dach und ich glaube, er hat gesnipert. Einfach gehen auf dem Dach und ich glaube, er hat gesnipert. Jetzt hole ich mir den Sniper, ja. Ohhhhhhhh. Justin, warte, Justin hat es nicht. Justin hat es selber, darf ich den töten? Nein, ich habe keine schlechten. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ohhhhhhhhhhhhhhhh. Justin ist! Scheiße. Justin, wieso hast du mir hier mal geholfen, wo ich den Detective abgeschossen habe? Du bist bis nebendrang gestanden. Was ist? Ich bin zu schlechter wie hier ist. da hat ja ich habe angefangen die schon wieder ich habe angefangen die Tektiv abzuschießen war noch jemanden und der Hilfmerk und der ich habe das erzielt und erläutert ist die Segnung hallo die so wie ein Bock Hallo alle Gornel Aufnahmen du kannst auch bei der Schleunigung in der Nähe auf denjenigen auf kein Bruder ist ein paar Waren auf den Betten drin ich wollte eigentlich sie müssen äh ich wollte ein Klopft spielen ja dann bist du aus das Haus und sich direkt mal verpissen jetzt die gleiche 5 Schildschau ich bin ein Traitor wie ich hätte die Wettbewerbe gekippt ja komm du, komm du, komm du, komm du, komm du, komm du, komm was hast du? ja komm der wird mich schon wieder so bö, du ahne, ne da hab ich keinen Bock ich hab einfach so lustig grad schon wieder random zu gehen ich bin detektiv das ist ein Clash warum? wieso? was? was? easy? warte easy, Traitor lol weil die die Kiste öffnen kann siehst du, hast du doch grad gemacht geht nicht das geht, geht nicht nein ich geh raus, ich geh raus ach, oh, sorry, äh, bin raus wer ist da unten, hallo, hallo ist sie, ist sie raus ja, der wurde angesnipert irgendwie warte, 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 Thomas wurde schon wieder gekillt, glaub ich ja, ne, ne, ne von, von wem denn? bewegt dich, sonst töd ich dich Justin 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 ohhhh zu viele Leute ok, in aizio warte ich bin ja detektiv oh, sorry, 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 warte, zoom oh, ok Uben ja in aizio rum was, rum was warte, Uben, Uben ich hab, ich hab in aizio getötet ich bin einfach so schlecht ich bin einfach so schlecht ich hab keinen Bock mehr, alter immer mehr aber dieser hab ich dich nicht gekillt in Rüge ja aber das schafft ich dachte ich hab nicht gekillt, ich hab nicht nicht gekillt ich hab dich aber wünscht nicht gekillt ja ok, wenn ich die zweite tötete, dann kannst du nichts machen, dann werde ich am Anfang die Kild, immer und so weiter ne, ne, ich komm, einfach nur in die Nähe von der Gruppe Ruben, 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 Ruben und Ziem nee, eigentlich nicht so wahr, ich bin Nein, Gott ich glaube ich stelle jetzt echt julian ich habe die nicht getötet ich war noch nie mit ist ja hallo kein problem er hat geredet tut mir leid ich habe nicht Uben 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 Wirst du mich jetzt verarschen, dass du jetzt alle gekillt hast Leute, hört mir mal zu, ich habe so im Hintergrund ich habe so im Hintergrund so eine Leiche und Blut gesehen dann schießt Uben ins Gesicht mit der Wunschel-Waffe und sie stirbt einfach und sie ist voll verpackt ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich bin dran du du, das ist es ist es, ist es die Wunschel-Waffe ist so verbaggt alter weiss weiss ich bin grad im Plan auserbeiten von eigenem und Justin zu tun und sie kommen trotzdem weg ja auf dem Topf, was ist ich voll runter? Maaan Das hat mir aber sehr gescheitert, muss ich sagen, sonst wär ich jetzt so zu wählen und wär's nicht runtergefallen weil du mich dann abgeschnallt hat hätten, könnten, tun, tun Ich bin hier die ganze Zeit, Eno! Oh! Wer ist Detective? Okay, gibst du mir Asyl? Ich kann nicht... Wo bist du? Giga Giga ist Giga ist Ich hätt' ihn die ganze Zeit töten können Ich hätt' ihn die ganze Zeit töten können Nee, Jonas, Jonas vertraue nicht Eno! Ich bin Eno wirklich Nein Nee Eno, 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 Eno Du bist die einzige Person, der ich euch nicht vertrauen würde Leute, ich bin unterhalb der Map und ich hab so ne... Warte, hier ist einer gestorben Hier ist einer gestorben Hier ist einer gestorben Hier ist einer gestorben Warte, 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 warte Wie viel? Jonas? Ich mach Musik! Kommt zu mir! Okay Kommt ihr zu mir? Wo seid ihr? Warte, ist die nice your auto? Ich beschütze meine G-Box Okay Okay Wer für euch vier Warte, die musik ist Die technische Stolz, scheiße Eigentlich dir nicht Ja, wo bist du? Ich schien hier einfach mit meiner Musik Ich weiß jetzt immer, wo ich Musik herkriege Fick dich, Alter, wo bist du? Hör auf zu singen Das ist erschrecklich, du musst dich am Muten werden Das ist gestorben und du nach DSDS gehst Dann hast du gewonnen Ich wollte nur fragen, ob mir jemand zuschaut Ach so, scheiße, das sind zwei Leichen Ich hoffe es nur, es lohnt sich Sie dürfen es ja nicht sagen Okay, dann bist du Traitor Okay Wer noch, wer auch immer lebt, äh Dings suchen, Kleber, äh Ruben Wo ist der? Scheiße Fuck, Alter Fuck, Alter Alter, wieso tust du mich nicht wiederbeleben? Ja, wo warst du? Komm zu mir, komm zu mir Komm zu mir Julian, Julian, Julian Julian, komm zu mir Julian, komm zu mir Julian, komm zu mir Juli, komm zu mir, hier ist Musik, komm zu mir Aber nicht töten, komm zu mir hier Wieso, wieso hast du mich nicht wiederbelebt? Wo warst du? Im Haus, wo ich erschossen wurde Hast du es so gesehen? Nein, ich hab's nicht Du hast mich getötet Stimmt Ja, die muss ich auch Ja, die muss ich auch Mit den Defi Okay Nein Oh Mann, Scheiße Ja, gut, ich wusste es auch nicht Alter Bei EZ hat man, bei EZ hat man, bei EZ hat man gerade Oh, 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 oh Mann, weißt du, was ist so kacke? Weil ich wohl glaub, ich glaub, ich trolle weg, weil ich keine Moni mehr hab Und ne letzte Sekunde auf einmal Weißt du, ich mach's einfach so, ich geh jedes Mal an diesen Spots und hol mir meine Musik einfach ab und bleibt Hallo 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 Jonas 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 Jonas, okay Warte, wo ist denn die Schallplatte, Ruben? Ich komm mit Ich nehm sie sogar Aber keine Worte, ob wir nachher Aber jetzt ohne Scheiß, egal ob du Traitor bist oder nicht Bitte, nehm's einfach mal mit Ja Wo ist die Wer ist hier? Wer ist hier? Wer ist hier? Hallo, wer bist du? Hallo Hier, wer ist das? Justin, Justin, hinter dir Was ist das hinter mir? Ach so In die Ruhe oder wackert jemand A床 In der Ruhe oder wackert jemand In ICO In ICO In ICO, ok, ok, ok Oh, wow Der In ICO Jonas Ich hab die Musik angemacht Jo, ne Justin 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 Ich hab die Musik angemacht Ok Justin hab die Musik angemacht Was? Ich hab auch Musik Bin uns über die in der Nähe Wer ist denn überhaupt Detektiv? Wer ist Detective überhaupt? Robin ist in ICO? Alles passiert! Mein Telefon klingelt. Bitte nicht töten. Dein Telefon klingelt. Wem sein Telefon klingelt? Wo ist meine? Du musst RIP auf den Tischen. Wer ist jetzt Traitor? RIP auf den Tischen. Weiß ich nicht. Warte, nur ich mach das. Keine Jungs. Warte, ich mach die Türen zu. Hier ist nur Private Club. Private Club hier. Oha, macht Tür zu. Das ist Private Club. Egal, ich setze mich hier hin. Ohne Scheiß, jetzt egal was ihr sagt, bitte mach, wir bleiben einfach hier. Wer reinkommt, der muss gezogen werden. RIP me, los. Oh ja. Ich find scheiße, dass es hier keine Skins gibt. Oh ja, mach das geil. Ja, das geil, das geil. Barte, barte. Das geil. oh, Alter. Alter, 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 alter. Das hier ist sie, oh. Ganz viel Geld. Oh Gott, das weiß ich. What kind of ammunition? What's name? Tabak is' es. Geil. Okay wir bleiben hier, bleiben einfach hier. Oh, wir bleiben einfach hier, wir bleiben einfach hier. Warte, ich muss kurz weg. wer werden wird ich werde nicht umhörte 5 kommt wieder auswählen in der Regel was ist auch hier diesmal für diese Runde ja genau, schalte auch nächstes Mal wieder ein, dann sehen wir uns jetzt mal auf der Minecraft P5 mehr Tschüss!